Hallo und Willkommen. Sie können das Spiel live verfolgen auf dem Kanal Sky Sport 3, den Erstrundenmatch des Der Deutsche Pokal. FC Erzgebirge Aue, Borussia Mönchengladbach, diesen Samstag 17. August 2024 um 13 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.